ist klar ich komme ich zum massen danke ich war so noch mit ihm geschossen schon pro schelle ja einzige weib hier drinnen sie jetzt mal behaupten die heiligkeit ist ja 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 hier drüben die kommen auch hoch hier ja dann 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 alter ja die kommen jetzt auch alle von hinten merks wir haben gefunden ja waffen ach so der die der satie genommen na ja ich weiß habe ich schon mensch ja hast du ob wir noch super viel leben was soll das denn eben naja ich wollte eigentlich auf den fettsack hinten schießen aber irgendwie ist der fettsack abgehauen kann ich meine andere waffe nicht abschmeißen die lehrt ist ja ich nehme eben aber wenn die lehrt geht ist das scheiße die sonne rohrbombe ich höre irgendwo was und hier ist noch ein smoker glaube ich irgendwo in der nähe ja kaum noch leben echt aber ich guck gerade nach medipacks oder so du hast gott sagen hast du noch ein defi ja habe ich auch noch das nackst oben oben sind waffen oben 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 ja wohl erst mal medipack hier da kommen sie vor sich gewehr gewehr oder kommt ein shotgun jawohl shotgun das schwede davon eigentlich gar nicht und nimmst du eine waffe nicht welche doch maschinengewehr sind sie da vorne das sturmgewehr ach das tut gut oder nimmst meinen granatwerfer meinst du das jetzt ja genau jetzt müsstest du was hast du jetzt ja genau hast du noch das heilpack das habe ich schon gebraucht ja wie viel für unseren freund ach er lasst du mir die ne lassen sterben um hier was ich hier hab was hast du denn da ach explosiv irgendwas explosives warte mal wow guck mal da draußen splittergranaten alter nein jetzt habe ich jetzt habe ich die chatfunktion geöffnete das sind splittergranaten geh weg 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 hau ab wie die gierigen ja erstmal ruhe gehabt kommt alter von unten von draußen ja da war so ein fettzeug bei hier kannst du splittergranaten aufstammeln alter ne ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts boomer kotze boomer kotze boomer kotze ja ist klar hauptbost abgemütziger oh du hast auch wenig leben noch ne ja schon wieder da jetzt noch mal nach noch mal nach jawohl jetzt hab jetzt habe ich keine sprengladung aufgenommen einer für alle ja ja jetzt hast du es auch eingeladen mit dem einer für alle wo sind sie da kommt irgendwas da ich spring wieder von oben runter da lassen wir kommen da kommen wir scheiße hat ja wo ist er da warte ach so ja die holte nur hoch alles klar ich habe mein dv auch nicht mehr gehabt ja den habe ich genommen ja gut das heißt wenn nick jetzt komplett down geht könnte ich ihn auf jeden fall holen ja oder ich komplett down ja wir finden bestimmt noch ein pack aber warte mal hier ist ein pack hier ist ein pack erst nick oder dich nick warte mal und dann mit rechts kick kannst du das geben oben ist aber noch eins ok soll ich dich damit mit hallen wenn sie ob ich dann eine ungeschafft bekomme welche weiß ich nicht manche heile verbunden verbindeten oder so naja aber zumindestens passiert defi ja ich weiß habe ich schon gesehen boah ey muss er da unten ja und natürlich wieder von vorne vorsichtig wow ho alter unerwartet man geht einen schritt weiter dann geht das sofort wieder ab ja ja ups jetzt bin ich runter gesprungen aber der da vorne nahkampf war für Baseballschläger uninteressant da oben guck mal ein armigar nein ja komm lass mich los echt echt ey alter wo kommen denn alle her oben kommt da kommen gleich noch welche nach pass auf das das da ja schmeißt das doch mal witsch wie kann man die taschenlampe ausmachen weißt du das f flashlight mach die taschenlampe aus wieso witsch muss man die taschenlampe ausmachen ja jetzt sagen da ist er wo sie unten unten wenn die treppe runter gehst muss man sie killen oder ja ja du musst sie killen siehst du wo sie weißt du nicht wir müssen die killen sie ist hier hinten lang da ist sie soll ich es anschießen oh du hast die witch aufgeschreckt da direkt du bist tot ne du bist aufgelebt von irgendwoher ja musst du definitiv das nächste medipack oh sag doch niemals die witch aufschrecken jawoll geliebtes heiliges land schön hier ist medipack äh wo ach da ja hier ist auch noch eins komm her wo shell was haben wir denn hier so schönes damit wow ja den brauche ich ja nicht halten willst du den defi mitnehmen centus jawoll da ist eine waffe für mich ja ich habe sonst waffen hier drüben prust wo kann ich denn snipen kaputt gemacht ich weiß es gar nicht ich weiß es gar nicht wie kann man denn snipen ich weiß aber ich will auch snipen ja das ist schön ach so mit mittlerer maustaste okay alles klar mit mittlerer maustaste ja also ähm mausrad gedrückt halten jetzt ist es mal drücken ich habe bei mir nicht ich habe bei mir nicht ja weil du keinen sniper hast ja weil du mal snipen hier sind vorne laservisiere ja auf anderen seite ja auf anderen seite ich habe die desert eagle die zimmert richtig die reicht wohl ich muss mal gucken was ich hier so nehmen ich würde die desert eagle nehmen da vorne ist nur eine pistole aber egal dafür reicht die voll komplett und da schon ja warte mal äh was haben wir denn hier das ist das was ich schon habe aber ich wollte das hier den so hier ready for teddy ja wohl kommt er hat auch einen sniper genommen ne achso wollen wir hm ok 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 und gehen wir nicht so weit ja was machst du denn was macht ihr denn da unten ich habe hier noch was eingesammelt achso hier einmal achso model und einmal alles klar da war nämlich noch was da müssen wir rein mhm du weißt was passiert wenn wir da reingehen ne nö keine ahnung wie unmöglich ist das dass jetzt dass wir keine zombies sind und wenn wir da reingehen sind wieder zombies da ist doch nichts neues oder na naja ne ok ja 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 wenn wir mal ja 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 bestimmt nicht nur einer kommt doch noch mehr ja 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 mal voraus ja ist klar nach weißt du oder toll dieser ollen glocke von oben von oben von hinten wo leck mich wusste ich weiß es nicht im laden aber ich werde attackiert ja ja hier geht alle rein und ich hallo hallo um geht ja rein ich habe die cola ich kann ja schön aber ich bin hier noch drin und die ganzen zombies sind bei mir ich habe eine raubombe warte mal ja warte ich habe eine raubombe geworfen dann kommen wir hier wenigstens mal nicht weiter rein muss klar die laufen einfach durch ja aber die bränder müssen ich habe die cola okay ich tue beim nachladen ja da kommen sie wieder ich habe noch was und weiter immer weg da vor der tür was hast du denn davor gehst wir wollen das boomer kotze ja aber wir nicht weiter raus gehen das ist gab es bei manchen spielen auch mal dieses vorne rate dann kommt das mich nur kommen das weiter schnell 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 lauf 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 kommen wahrscheinlich gleich noch von vorne ja ich gucke lauf du und wir gucken also musst du die cola ablegen damit du schießen kannst oder was ja ja so ist das nervig wow 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 Bye.